E-Assessments sollten Wissen, Fähigkeiten und Kenntnisse zuverlässig messen. Aus diesem Grund müssen sie bestimmte qualitative Anforderungen erfüllen. Dafür sind drei Gütekriterien entscheidend. Objektivität, Validität und Reliabilität. Da wir in diesem Video von geschlossenen Frageformaten ausgehen, ist eine hohe Objektivität gegeben. Die Auswertung der Antworten erfolgt unabhängig von den Prüferinnen. Bei der Qualitätssicherung ist daher vor allem auf die Validität und Reliabilität zu achten. Unter der Validität versteht man die Gültigkeit eines Assessments. Gültigkeit besitzt ein Assessment dann, wenn es misst, was es messen soll. Zum Beispiel kann man mit einem Geschichtstest kein Mathematikwissen prüfen. Ihr Ziel als Prüferin ist es, zu messen, ob eine Person etwas verstanden oder gewisse Kompetenzen erworben hat. Bei der Erstellung einer Prüfung müssen Sie sich fragen, woran sich die erworbenen Kompetenzen festmachen lassen. Sehen Sie sich dazu diese Beispielfrage an. In dieser müssen die Teilnehmerinnen Fragen zu einem Diagramm der PISA-Ergebnisse von 2018 beantworten. Folgendes Diagramm ist gegeben. Wählen Sie die richtige Aussage. A. Österreich schneidet besser ab als China. B. Österreich schneidet schlechter ab als Kolumbien. C. Österreich erreicht den Punktedurchschnitt. B. Österreich liegt unter dem Punktedurchschnitt. Prüfen Sie mit dieser Frage tatsächlich einen Inhalt der Bildungswissenschaften? Oder prüfen Sie vielmehr die Fähigkeit, Diagramme zu interpretieren? Nehmen wir an, unser Lernziel lautet, die Teilnehmerinnen sollen wissen, wie Österreich bei den PISA-Tests 2018 im Bereich Lesen abgeschnitten hat. Mit dieser Prüfungsfrage messen Sie nicht das, was Sie messen wollen. Durch das inkludierte Diagramm können Sie nicht prüfen, ob Teilnehmerinnen die Ergebnisse von Österreich schon vor der Prüfung wussten, denn sie können auch direkt aus dem Diagramm abgelesen werden. Die Validität der Prüfungsfrage ist also nicht gegeben. Das dritte Gütekriterium ist die Reliabilität, das heißt, die Zuverlässigkeit eines E-Assessments. Eine Prüfung ist dann reliabel, wenn für verschiedene Gruppen von Teilnehmerinnen an verschiedenen Prüfungsterminen ähnliche Ergebnisse zustande kommen. Dann schafft es die Prüfung, in einem gewissen Ausmaß zuverlässig zu ermitteln, wer gelernt hat und wer nicht. Prüfen Sie die Qualität Ihrer Fragen auch nach einem Prüfungstermin, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren. In diesem Video stelle ich Ihnen einige Analysewerkzeuge vor, die Ihnen dabei helfen können. Ein E-Assessment kann man auf verschiedenen Ebenen analysieren. Als erstes hätten wir die Prüfungsebene. Dazu können Sie statistische Kennwerte heranziehen oder die Verteilung der Punkte genauer ansehen. Häufig führt eine Prüfungssoftware für geschlossene Fragen statistische Analysen automatisch durch und bereitet die Ergebnisse visuell auf. Hier sehen Sie zum Beispiel ein Histogramm mit der Punkteverteilung in einem E-Assessment. In der Grafik sehen Sie einige Auffälligkeiten. Es gibt keine Teilnehmerinnen, die weniger als 60 von insgesamt 100 Punkten erreicht haben. Die Fragen könnten zu einfach gewesen sein. Damit wir uns diese Auffälligkeit genauer ansehen können, müssen wir eine Analyseebene tiefer ansetzen. Das wäre die Item-Ebene. Mit einem Item ist eine Frage in der Prüfung gemeint. Wir analysieren also nicht die gesamte Prüfung, sondern einzelne Fragen. Einige Prüfungsprogramme liefern für geschlossene Fragen statistische Kennwerte zu einer Frage. Einer dieser Kennwerte ist die Item-Schwierigkeit. Diese Zahl gibt an, wie hoch der Anteil der Teilnehmerinnen ist, die diese Frage richtig gelöst haben. Oft wird diese Zahl auch mit einem kleinen p für Proportion angegeben. Der Wert p kann zwischen 0 und 1 liegen. Je näher der Wert an 1 ist, desto leichter ist die Frage. Natürlich darf es in einer Prüfung auch leichte Fragen geben, zum Beispiel eine Aufwärmfrage als Einstieg. Sie sollten jedoch darauf achten, dass der Wert p bei einem Großteil der Fragen zwischen 0,4 und 0,8 liegt. Hier sehen Sie ein Beispiel für eine Item-Analyse. Das ist eine Auswertung der Ergebnisse eines Prüfungsdurchlaufs mit insgesamt 260 Prüfungsteilnehmerinnen. In jeder Zeile ist eine Frage aufgeschlüsselt. In der Spalte Schwierigkeit sehen Sie den prozentualen Anteil der Teilnehmerinnen, die die entsprechende Frage richtig beantwortet haben. Danach folgen vier weitere Spalten. A, B, C und D. In diesen sehen Sie, wie viele Personen sich für eine Antwortoption entschieden haben. Wenn eine Zelle grau hinterlegt ist, handelt es sich um die richtige Antwort. Kommen wir noch einmal zurück auf die Spalte Schwierigkeit. Die Werte sollten zwischen 0,4 und 0,8 liegen. Der Schwierigkeitsindex von Frage 2 liegt jedoch bei 0,92. Das bedeutet, sehr viele Teilnehmerinnen beantworten diese Frage richtig. Gegebenenfalls sollten Sie diese Frage noch einmal überarbeiten. Gehen Sie dazu eine Analyseebene tiefer und überprüfen Sie die Inhalte der Frage. Möglicherweise wurden die Distraktoren ungünstig gewählt oder es befinden sich unbeabsichtigte Lösungshinweise in der Frage. Neben der Item-Schwierigkeit gibt es auch noch die Item-Trennschärfe. Die Item-Trennschärfe ist der Grad, in dem Teilnehmerinnen mit guten Prüfungsgesamtergebnissen auch ein bestimmtes Item richtig gelöst haben. Lösen Teilnehmerinnen mit einem guten Gesamtergebnis ein bestimmtes Item oft falsch, dann stimmt etwas nicht. In so einem Fall sollten Sie noch einmal einen Blick auf die entsprechende Frage werfen. Möglicherweise muss die Frage noch einmal überarbeitet werden. Die Item-Trennschärfe kann einen Wert zwischen minus 1 und 1 annehmen. Einige Prüfungsprogramme können den Wert automatisch analysieren. Achten Sie darauf, dass dieser Wert über 0,3 liegt. Normalerweise gilt, je näher die Item-Trennschärfe an 1 ist, desto besser. Kommen wir noch einmal zurück zu unserer Beispielanalyse. Die Tabelle wurde um die Spalte Trennschärfe erweitert. Für jede Frage sehen wir nun, wie gut zwischen Teilnehmerinnen getrennt wird, die auch im Rest der Prüfung gut abgeschnitten haben und solchen, die allgemein schlecht abgeschnitten haben. Wir sehen in Frage 2, dass die Trennschärfe bei 0,27 liegt. Das ist kein guter Wert. Daraus können wir schließen, dass viele Teilnehmerinnen mit einem schlechten Gesamtergebnis diese Frage richtig beantworten. Diese Frage sollte unbedingt überarbeitet werden. Im Allgemeinen weist eine niedrige Item-Trennschärfe auf zwei Dinge hin. Erstens, Teilnehmerinnen mit einem schlechten Gesamtergebnis beantworten diese Frage richtig. Zweitens, Teilnehmerinnen mit einem guten Gesamtergebnis beantworten diese Frage falsch. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Nehmen wir die Distraktoren in unserem Beispiel genauer unter die Lupe. Wie Sie hier sehen, funktionieren die Distraktoren A und D nicht sehr gut. Nur wenige Teilnehmerinnen wählen diese aus. Es kann natürlich auch sein, dass diese Frage ganz bewusst einfach zu beantworten ist. Wenn das jedoch nicht beabsichtigt war, sollten Sie die Distraktoren ändern. Möglicherweise sind falsche Optionen zu offensichtlich, die Optionen zu heterogen oder andere unbeabsichtigte Lösungshinweise liegen vor. Fassen wir am Ende noch einmal das Wichtigste zusammen. Validität ist in einem E-Assessment dann gegeben, wenn es misst, was es messen soll. Reliabilität ist in einem E-Assessment gegeben, wenn für verschiedene Gruppen von Teilnehmerinnen an verschiedenen Prüfungsterminen ähnliche Ergebnisse zustande kommen. Für die Analyse der Qualität eines E-Assessment kann man die gesamte Prüfung und die einzelnen Items genauer untersuchen. Die Itemschwierigkeit gibt an, wie hoch der Anteil der Teilnehmerinnen ist, die diese Frage richtig gelöst haben. Dieser Wert sollte zwischen 0,4 und 0,8 liegen. Mit der Item-Trennschärfe kann ermittelt werden, wie gut ein Item Teilnehmerinnen trennt, die allgemein in der Prüfung gut und schlecht abgeschnitten haben. Dieser Wert sollte größer als 0,3 sein.